hey leute was ist los wir haben ein brief gekriegt irgendwie war gerade der briefträger einladung für eine ausstellung in der besten galerie in der welt wer hier eine ausstellung macht wird sehr berühmt berühmter geht nicht mehr komm schnell nach nef eorg mit den bildern und dem blacha muhalid der galerist muss ich die leideltüte mitnehmen finde ich auch gut aber bitte nicht berühmt sein ich gehe mich jetzt schon vorbereiten mal so viele briefe schön das verkaufen ich verstehe schönes bild gut fertig Du kannst voll schöne Bilder malen. Das verkauft sich bestimmt auch ganz gut. Ich glaube, wir müssen zwei Tüten nehmen. Du schaffst es, ja. Beeil dich besser, mal schneller. So ist gut, ja, ja. Kannst du gleich aufhören. Das ist gut so, ja, ja. Gut. 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 Oh, in der Fjord. Das ist alles so groß, die Häuser. Wahnsinn. Die haben es gut, die Leute. Echt so toll, ne? Alles so schön, ne? Guck mal, da wohnen bestimmt reiche Leute. Oder vielleicht der Präsident. Ja. Ja, das stimmt. Guck mal, was wir alle gefahren hier. Toll. Supergeil, ey. Ja, tolles Auto. Wahnsinn. Und das Haus. Wieder so ein weißes Haus. Ja. Wieder so ein weißes Haus. Ich fasse es nicht. Wo haben die das Geld hier? Die Häuser sind so groß. Guck mal, die Straße. Sind das zehnstückige oder mehr? Meinst du? Das sind so Wolkenkratzer, ne? Ja. Wahnsinn. Hallo. 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 Ich hatte eine Frage. Ist hier eine Galerie-Mann-Popo? Ja, ich verstehe. Ist er in West-Eorg? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Vielleicht verstehe ich mich nicht. Oh, okay. Oh, guck mal. Und ein Chef macht... Ein Auto? Echt. Echt. Heftig. Heftig, heftig. Heftig, heftig. Aber wenn ich... Heftig, ne? Ja. Ich bin sprachlos. Ich bouge die Galerie. Ich weiß, dass du nichts canesAM. Hier ist die Galerie! Ich habe sie gefunden! Das ist die Galerie, da werden wir bei uns. Ich komme gleich. Das ist die Galerie. Wir haben sie gefunden. Ich sehe das. Ich kann sehen. Da wo wir sind, sind wir. Guck mal, unsere Bilder, wie schön. Wir haben alles echt gut gemacht. Das ist hier mein Bild. Das ist alles schon verkauft. Und das Bild ist auch verkauft. Und das auch. Das auch? Ja und das auch. Ich glaube nicht. Das ist die schönste Galerie in der Welt. Da werden wir jetzt so berühmt. Und reich. Und reich. Wir sind der reichste. Es ist alles verkauft. Du bist Milliarde. Freust du dich? Freust du dich? Guck mal, ich habe nur so einen Katalog bekommen. Einladung. Am Dienstag. Am Dienstag. 11. April. Im Kinomärchen. Zeig mal, wie sieht das denn aus? Heftig. Das verkaufen wir bestimmt auch unsere Bilder. Wahnsinn. Ganz glücklich. Zeig mal. Guck mal. Sie sind gut. Ja. Super. So. Freunde, jetzt fahren wir nach Hause. Gut. Freunde sind Freunde. Bitte schön. Ich mache noch mal ein paar Aufnahmen. Super. Ich muss rausgehen. Ich auch. Echt geil. Das ist unsere Galerie. Die ist ja... Und was ist das denn so toll? Die Skulpturen und das dahinter. Superschön. Ich muss rausgehen. Du bist so toll, aber keine Absicht. Das wird in der K partnerships stehen. Ich kann da mit einem fernigenen. Ich habe es ein E-Rules. Ich habe es ein E-Rules. Wir müssen das jetzt. Tschüss. Da! Tschüss! Wiener noch mal. Mu-M-U-M-U-M-U-H-M-U-H-R-U-R-A-L-A-L-H-M-U-K-A-L-H-A-L-H-A-L-H-A-L-H-A-L-M-U-K-A. Guck mal auffuße mit einem E-R-K-K-A. Freunde, wir haben so viel Geld bekommen, du kriegst eine Million, du kriegst eine Million, den Rest behalte ich, weil ihr seid nicht sparsam, ihr gebt alles auszupft, für Pistazien, so, ich bin einverstanden, ich brauche kein Geld, ich brauche mir jetzt eine Zigarette, und mit dem Geld, was machst du, ja, ach so, dafür ist das Geld da, ja, weil ich weiß nicht, was ich damit machen soll, um nichts zu machen, jetzt kann sie machen, na, das brennt nicht, scheiß Geld, das brennt nicht mal, was ist das, ja, ist alles gut, was machst du jetzt, damit, man es wegschmeißen, oder, da brauchen wir nicht, ich brauche kein Geld, das brennt nicht mal, ich werde jetzt nur, immer nur malen, und dann male ich immer noch, und ich werde nur rauchen, die sind aus New York, gute Zigaretten, ja, gut, dann weiß, Dankeschön, Freunde, wir haben wieder alles geschafft, verschenken, irgendwie, ja, das können nur wir, ich nehme das jetzt mit, und verschenke das einfach, das Geld, das gute Geld, ich auch, auf Wiedersehen, Entschuldigung, ich auch, wenn's mal super, aguzaubend, wir, ich, du das, du ,